Du bist hier derjenige, der hier so das Ganze unter sich hat mit den Obdachlosen, wenn die Schuhe oder so? Ich kenne mich ganz gut aus. Du kennst dich gut aus. Gut, pass auf, bei uns läuft das überhaupt gar nicht gut. Wir schnurren immer am Weserpark oder am Roland Center oben in Hochding und da geht im Moment überhaupt gar nichts. Es ist nicht leicht, auf der Straße Geld zu verdienen. Ich bin dankbar über jeden Cent, aber wenn ich Ihnen was, ich habe nicht viel, aber ich würde Sie gerne was zurückgeben. Und wenn Sie mir was geben, vielen Dank. Auf Wiedersehen und einen schönen Tag. Natürlich gibt es auch Leute, die dann sagen, Obdachlose geben wir kein Geld. Es ist in der Staate Bremen überhaupt kein Grund, obdachlos zu sein oder zu hungern oder zu verdursten. Aber die Leute denken ja gar nicht dran, dass es so schwer ist oder wo wir leben. Dann fragen sie, wo lebt ihr denn, wo schlaft ihr denn? Sagen wir bei Zügewaggons, wo wir auch wirklich schlafen. Es sind auch Menschen, wo wir als Obdachlose die unterste Stufe sind und die am liebsten uns gar nicht sehen möchten oder auch hören. Die nur von Weitem, am liebsten so, nur keine Berührung. Die nur von Weitem, am liebsten so, nur keine Berührung.